Was hast du denn GoPlus endlich gefunden? Nein, ich hab noch nicht richtig danach gesucht, das wird auch... Ist er denn nicht gekommen? Nein. Immer noch nicht. Lieferdatum ist erst ab nächster Uhr. Oh mein Gott, Alter. Hey, Panik. Ab 7. oder so, zwischen 7. und 11. GoPlus ist echt wichtig, Mann. Ich hab schon gemerkt. Ich hab meinen Vulcano auch jetzt. Diesen einen hab ich auch gemacht. Der hat Biss und Feuerzahn, Mann. Der Feuersturm. Also die stärkste Charge-Attacke. Pokémon! Ich weiß genau was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Denn uns bleibt keine Zeit um uns zu ruhen. Es war mein Traum von Anfang an. Ich werde Meister. Ich glaub daran. Ich weiß, dass ich gewinne. Wir sind hier. Nockerberg. Das ist hier so eine Nähe Giesing, Kolumbusplatz. Ja, also genau da ist Kolumbusplatz. Weiter vorne ist dann Rosenheimer Platz. Also Gasteig. Die Straße rauf. Und hinten ist auch Isar, glaub ich. Hier ist anscheinend ein Onyx, ein fettes. Das schauen wir uns kurz heute an. Das ist bereits eins auf Sightings. Ist eigentlich immer eins bei Sightings. Aber ohne Map jetzt wieder. Schauen wir mal auf gut Glück, ob wir welche finden. Auf der Jagd nach den Onyx. Für die zweite Generation ein paar Bonbons sammeln. Stahlaus. Ja. Und Tati hat gerade bemerkt, er ist auch noch Gestein. Also für die Gesteinsmedaille auch nicht schlecht. Viele gibt es ja nicht, oder? Es gibt noch Ammonitas. Ammonitas, Kleinstein, oder? Ja. Und das war es eigentlich auch fast schon. Ich glaube, Kabuto auch. Oder sonst. Ja, aber die sind ja auch... Also Ammonitas und Kabuto waren ja eigentlich recht selten. Ja. Bis wir ein Nest gefunden haben vom Ammonitas. Keins auf Sightings. Wir schauen gerade, laufen durch die Gegend. Aber Nester haben immer so eine Dürgelperiode, wo mal nichts ist und dann auf einmal kommt alles. Aber dafür ein Sand an. Der ist eigentlich auch relativ selten hier in München. Wir haben halt gemerkt, dass wir in letzter Zeit viele Sachen spawnen, die es nicht so gab. Wie Smogon, Slimer, Sandan, Drodu, Wulpix und so. Die waren alle sehr, sehr, sehr selten. Und jetzt mittlerweile sind die alle da. Also vielleicht gemeint ich einfach, dass jetzt alle Poké-Spieler ihre Pokédecks vollkriegen. Für die neue Generation dann. Das kann sein, ja. Gute Theorie. Also wie gesagt, das ist echt krass. Jetzt hat die Check gerade die Lage. Er hat zum Glück noch einen alten Screenshot. Von dem Onyx-Des gehabt. Anscheinend sind wir vielleicht die ganze Zeit die falsche Straße entlang gegangen. Wobei er auch nicht die ganze Zeit angezeigt wird. Oder so. Ein bisschen zurück. Und dann da runter. Kann aber auch hier runter gehen. Ja. Er hat immer da vorne, wo wir angefahren sind, hat es angezeigt. Weil er wahrscheinlich, wir sind auf dem falschen Weg. Wir dachten, dass wir auf dieser Straße hier. Und jetzt geben wir acht Minuten. Jetzt sind wir da anscheinend. Ja. 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 Der Park ist auch nicht allzu groß. Ja. Da können wir einfach ein paar Runden drehen. Schauen wir mal wieviel Onyx jetzt kommen. Das haben wir wieder in der Welle. Dann passt das ja. 4,5 Trip bis in Ordnung halt. So ist es. Wir wandern hier immer noch durch den Park. Eben noch kein Zeichen von Onyx. Echt schlimm. Es gibt auch noch ein anderes Onyx-Nest. Dort beim Botanischen Garten. Über dem Nymphenburgschloss. Was hältst du davon, dass es zwei Nester gibt von sowas? Das finde ich in Ordnung. Da sieht man wahrscheinlich, dass die wollen, dass wir auf die nächste Generation. Also es wird darauf hingewiesen, dass vielleicht die nächste Generation bald kommt. Und dass man uns vielleicht schon darauf vorbereiten soll. Und deswegen kommen wahrscheinlich die ganzen Pokemon-Nester, Onyx und alles mögliche her. Also finde ich in Ordnung. Die, die es noch nicht haben oder noch nicht in Mengen haben, sollten sie auf jeden Fall ausnutzen. Krasse Aussicht hier. Das ist das geile an Pokemon. Man kommt raus, man sieht echt geile Sachen. Man lernt echt noch ein bisschen München kennen. So ist es. Wir warten immer noch auf ein Onyx. In der Zwischenzeit habe ich ein Ei geschlüpft. Es gab ein Update von Niantic, dass ein paar Eier geändert wurden. Zweier wurden Taubsee entfernt, glaube ich. Zubart und Ratzfratt. Nein, Zubart wurde nicht entfernt. Nicht? Ich dachte, die drei. Die drei habe ich bekommen. Letztes sogar zwei Mal. Also Dingoel entfernt Taubsee und Ratzfratt bis jetzt, was ich mitbekommen habe. Und das Evoli ist jetzt nicht mehr im Zehner, sondern im Fünfer drin. Genau. Und sonst eigentlich hat sich gar nicht viel verändert. Auswirkungen? Ja, ich denke, ich weiß nicht warum, aber die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Weil Taubsee und Ratzfratt weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich, weil es ja auch so schon viel zu viel gibt. Weil ich habe gemerkt, dass Raubsee echt selten ist von den kleinen. Eigentlich schon, ja. Und Hornio geht einigermaßen. Aber Taubsee und Ratzfratt findest du überall. Und das Evoli, echt keine Ahnung warum. Der war auch überall. Für einen Zehner ist der schon eigentlich. Ja, jetzt mittlerweile ist er überall. Früher auch schon. Echt? Wahrscheinlich deswegen. Für einen Zehner ist es schon echt so heftig. Oh ja, ich weiß genau was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Denn oft bleibt keine Zeit um abzuruhen. Es war mein Traum von Anfang an. Oh, was geht ab, Leute? Der Hund hier. Hier Tati, der gerade einen Parkplatz sucht. Wir sind hier beim Massmann Park. Entscheidend neues Fulcano Nest oder Spawn. Schauen wir mal. Wird heute abgecheckt. Wir haben letztens Fulcano entwickelt, der echt krass war. Seitdem bin ich echt Arcanigal. Also müssen wir auf jeden Fall ein paar Fulcano sammeln. Vorne ist der Eingang. Wir sind schon die ganze Zeit drum herum gefahren. Auf der Suche nach einem Parkplatz. Aber in der Zwischenzeit nichts bei Sightings. Also ich habe nicht viel Hoffnung. Ich auch nicht. Aber ich bleibe jetzt mal ein bisschen hier. Und dann schauen wir mal, was passiert. Zweitere Runde durch den Park. Es ist nichts angezeigt, außer Taubst den Habitag. Gespawnt bisher noch gar nichts. Sieht nicht gut aus für uns. Das erste Pokémon in dem Park. Ein Habitag für mich. So, das war's Leute. Wir hocken hier. Also wir sind hier im Park schon seit einer halben Stunde. Länger. Wir haben ja noch drum herum gefahren. Ja. Sagen wir mal sieben Minuten. Also 40 Minuten. Das war nichts auf der Liste. Nichts erwähnenswertes. Nichts. Kein Fulcano. Der zweite Rheinfall heute. Schauen wir mal, ob ihr die überhaupt zu sehen bekommt. Was ich draus mache. Ja gut. Wir schauen noch bei dem anderen Rheinfall vorbei noch. Vielleicht ist das kein Rheinfall. Schauen wir mal. Das war's von uns. Von den zwei Nestern. Onyx und Vucano. War leider voll der Rheinfall. Ist nichts gekommen. Man munkelt auf der Straße, dass sich paar Nester geändert haben. Also vom Vucano Nest. Haben wir noch von anderen gehört, dass die dort mehrere Stunden gewartet haben. Und es nichts gekommen ist. Onyx Nest kann sein, dass wir falsches Timing erwischt haben. Und der später wieder gespawnt ist. Aber kann sein, dass Niantic, nachdem sie alle Maps runtergenommen haben. Wieder ein paar Nester gemischt haben oder so. Ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall schon anderen auch passiert. Die haben auch davon berichtet, dass auf einmal die Nester, wo sie an dem Tag hingehen wollten, nicht mehr da sind oder anders waren. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr irgendwas in der Richtung bemerkt habt. Ansonsten checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und hinterlasst unten in den Kommentaren, wo wir als nächstes hingehen sollen. Und vergesst nicht, Pokémon ist schönes Business.